Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich solche Fliesenaufkleber entfernen und somit natürlich auch die Fliesenfolie wieder richtig lösen kann. Wenn du Bock da fährst, dann bleib auf jeden Fall dran. Am leichtesten geht es, wenn wir die Klebeschicht der Folie mit einem normalen Föhn etwas erwärmen und dadurch die Haftung zur darunterliegenden Fliese auch deutlich verringern. Danach am besten probieren, dass wir mal von einer Ecke aus das Ganze lösen können und wenn es mit den Fingernägel nicht so einfach wie bei mir funktionieren sollte, dann am besten mal noch einen normalen Ceranfeldschaber zur Hand nehmen. Da gibt es übrigens auch solche Kunststoffaufsätze für vorne und dann können wir mal schauen, dass wir da wirklich ganz vorsichtig zwischen Fliese und den Fliesenaufkleber reinkommen. Denn wenn wir das Ganze einmal leicht angelöst haben, dann sollte es auch relativ gut zu lösen sein. Normalerweise sollte man im Pferden keine Kleberrückstände auf der alten Fliese drauf bleiben. Falls doch, sollten wir mal noch einen alkoholbasierten Reiniger zur Hand nehmen, wie zum Beispiel Isopropanol, was für zu Hause wirklich ein Wundermittel ist. Das Ganze gebe ich dann anschließend einfach mal auf ein Tuch drauf und kann somit auch schon die alten Kleberrückstände ganz einfach entfernen. Und somit haben wir solche Fliesenaufkleber jetzt auch schon richtig gelöst. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens auch so einen Ceranfeldschaber, Isopropanol oder natürlich auch neue Fliesenaufkleber zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.